Ein gebrauchter Land Rover, Range Rover Evoque ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze SUV ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 75.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Der SUV verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Kurvenlicht, Bordcomputer, Alufelgen, Einpackhilfe, und noch vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 150 PS auf einen neuen Gang Automatikgetriebe. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.